Herzlich Willkommen in der neunten Folge LS19 L8 mit Seasonsachen Heute haben wir das Heidsamt geschwaden, weiß ich es jetzt 4.5 Uhr, Hingangzeit Und deswegen schauen wir jetzt zusammen Nein, ich weiß nicht ob sie dann noch Hier wird noch die Fierdung Ball og es Kiel oder mal eine Fierdung Das ist die Fierdung Ich bin hier auf der Flickflug. Und... ...schuhe da oben. Ich bin hier unterwegs. Und... Ich bin hier mit diesem Havalier. Ich bin hier mit Meirisch. Und... Und jetzt ist es gut, seit der Sonne noch ein bisschen erklärt, das freut mich jetzt optimal, wenn es Heidern ist, wenn wir uns mal gucken, dass ich glaube, ich nicht schaffe. Ich wollte erklären, warum wir jetzt noch nicht verliehen, ob wir aussehen können. So, dass sie einigermaßen in den Scheichschaden gefunden hat, also einigermaßen. Ja, dann kann ich auch nur mal von ranwächeln. Und dann machen wir jetzt Schein. Und dann schritte wir uns mal in der Nähe ... Ich glaube, ich muss auch nicht sagen, ich glaube, das ist nur ein bisschen was. Ich glaube, ich habe einen kleinen Stift. Ich mache mich jetzt noch einen kleinen Stift. Ich glaube, ich habe zwei Spenzias, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen ... Und jetzt wird es irgendwo oben über den Normen gehen. Leit zum Erk measurementsiert, um noch ein Däts aufdacht. Oичe ist es bitte so ein Däts, bitte so ein Däts. Und jetzt werden es vielleicht noch mal auf uns machen. Bist du schon mal auf? Die Wehrin werden einfach hier. Ja klar, ist jetzt fertig. Oida! Die Dachstuhl Das ist es hier Der Kultflas, die da ist, oder? Das ist schlecht, oder? Ja, was ist das so? Es sieht nicht aus, wenn es ein bisschen teilt ist. Na, es liegt auch schon mal. Es gibt einen ordentlichen Weg. Ich kann es ja nicht sein. Ich kann nur nicht sein, dass es nicht mehr so gut ist. Ich kann es nicht mehr so gut sein. Ich habe das schon gut. Ich habe das schon mal vorhin. Ich schreibe hier mal eine. Das war's für heute. Vielen Dank. ... ... ... ... ... ... Da geht's noch nicht weiter. Das ist noch nicht so gut. Ich hab die Rennen mit aus Rennen mit Ich hab die Rennen mit besser Zeit Was ist jetzt am Nehm Oh Okay. Es geht darum. Das ist schon wieder die Schürze. Und nicht mehr. Das ist ein bisschen, na. Ich weiß nicht, ob es ein Bisschen ist, aber es ist ein Bisschen. Ja, jetzt ist er auch schon so, dass ich es nicht mehr so ist. Okay. No, 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 no. Oh, wait. Ich weiß auch, dass man das klingelt. Das war der klingelt. Eine kleine Lage, die wir hören haben. Eine andere lachen der steiliern. Das ist ja auch so. Ich habe mich nicht mehr so mit dem Weg. Ich bin nicht mehr so mit dem Weg. So. Das ist eigentlich ein Schiedenswerk. Ich habe noch mehr auf den Weg. Wir haben ihn nicht in den Tiefen, weil er nicht in den Tiefen ist. Ja! Das ist so schön. Das ist nicht schön zu tun. Das liegt nur an dem Weg. Das liegt nur an dem Weg. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche Ihnen ja, ich gerne einen guten Augenblick. Schau bei meinem rechtschen Kamerasett vorbei. Und schau bis zum nächsten Video. Augen rein. Tschüss.